Mittwochmittag, Kalchreuth bei Erlangen, kurz unterhalb des Marktplatzes. Hier kommt es vor nur wenigen Stunden zu einem Spezialeinsatz. Im Moment ist es ziemlich ruhig hier in Kalchreuth. Anders sah das wohl heute Morgen gegen 6 Uhr aus, als Spezialkräfte der Polizei mit einem Großaufgebot hier in dem Haus im Hintergrund von mir eingelaufen sind. Es wurden zwei Personen festgenommen, die als dringend tatverdächtig gelten. Zum einen handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten von Alexandra R. und auch seinen Geschäftspartner. Scheinbar eine spektakuläre Wende in einem Fall, der die Polizei schon ziemlich lange vor Rätsel stellt. Rückblick. Am 9. Dezember 2022 verschwindet die hochschwangere Alexandra R. aus Katzwang spurlos. Kurze Zeit später wird eine Sonderkommission eingerichtet, die sich mit dem Fall befasst und nach der 39-Jährigen sucht. Die Polizei durchsucht in kurzer Zeit mehrere Objekte in der Region, ist mit Tauchern, Booten und Spürhunden am Kanal in der Nähe des Wohnortes unterwegs. Später wird die Suche mit einem Hubschrauber auf den Main-Donau-Kanal ausgeweitet. Außerdem ermitteln die Beamten auch im Heimatland der Vermissten in Rumänien. Insgesamt gehen in den letzten neun Monaten über 900 Hinweise bei der Polizei ein. Den beiden Männern wird unter anderem Mord und Geiselnahme vorgeworfen. Die Leiche von Alexandra R. wurde noch nicht gefunden. Allerdings hat die Sonderkommission der Polizei hunderte von Spuren ausgewertet, Indizien zusammengetragen und aus denen hat sich dann dieser Tatverdacht gegen die beiden Männer ergeben. Warum die Tatverdächtigen die Frau als Geisel gehalten haben sollen, ist bisher unklar. Es gibt aber Spekulationen. Medienberichten zufolge soll es wohl bereits ein Kontaktverbot gegen den ehemaligen Lebensgefährten von Alexandra R. gegeben haben. Der Mann soll die junge Frau bedroht haben aus wirtschaftlichen Gründen, woraufhin sie wiederum Strafanzeige gestellt haben soll und daraufhin wohl in ein Frauenhaus geflohen ist. Allgemein war auch noch die Rede von einem dubiosen finanziellen Konstrukt. Ganz offensichtlich sollen die beiden Beschuldigten Alexandra R. bedroht haben und auch einen höheren Geldbetrag von ihr eingefordert haben. Am Nachmittag wurden die beiden Beschuldigten dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er entscheidet über den weiteren Verlauf.